Am Montag, 19. Oktober 2018 schrieb Anne Wünsche Okay, vielen Dank, liebe Grüße, Anne Wünsche. Scheint eine legitime E-Mail zu sein. Komisch nur, dass der 19. Oktober 2018 ein Freitag war und kein Montag. Der Sonntag, 25. Oktober, war ein Donnerstag und der Dienstag, 27. Oktober, war ein Samstag. Hm, was fällt uns noch auf? Was noch auffällt, ist, dass bei dieser E-Mail unten das komplette Anne Wünsche-Stück einfach eingefügt wurde und dass das E am Ende einfach überhaupt nicht in einer Linie mit dem Wort Wünsche ist. Wenn wir mal davon absehen, dass generell die letzten beiden Worte gar nicht in einer Linie zum Rest der E-Mail passen. Sehr komische Textformatierung.